servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wie ihr vielleicht wisst gibt es immer zu beginn eines jahres ein spezielles paket innerhalb von world of warcraft dafür müsst ihr euch quasi zwölf monate ans spiel binden beziehungsweise ihr kauft ein zwölf monatiges abonnement bezahlt aber das ganze geld schon im voraus also war sie mit beginn könnt danach zwölf monate zocken aber ihr könnt halt nie zwischendurch kündigen wenn ihr also nach vier monaten keinen bock mehr auf wo w habt habt ihr gelitten euer geld ist weg und das abo läuft halt trotzdem weiter blizzard oder blizzard so rum macht dieses angebot immer mit zahlreichen goodies schmackhaft und mittlerweile hat jemand entdeckt auf reddit der user taray wie das neue bundle für kommendes jahr aussehen wird ich nehme mal an dass dieses bundle erst offiziell vielleicht bei der blizzcon oder noch später vorgestellt wird allerdings hat blizzard warum auch immer in der mobilen battle net app dieses bundle schon drin gehabt daher hat er den screenshot entnehmen können und hier sehen wir das ding noch mal in größer darauf ist zu sehen was ihr alles bekommt natürlich ein zwölf monatiges abonnement es gibt einen drachen für wrath of the lich king classic was auch immer das sein wird dann haben wir hier diesen wunderbaren wellenschnauzer am start also der wird wohl in dem paket mit drin sein dann ein wie es aussieht neues mount aus patch 10.2 also das ist ja diese weiß nicht was das katzenbären whatever eulenbären form die ist oder da gibt es auch so ein paar neue mounts da gibt es eine neue druiden bären form und scheinbar gibt es da dann auch ein shop mount also das wird wohl mit drin sein dazu ein recolor eines bisher schon mal erhältlichen shop mounts und zwar gab es das meine ich letztes jahr mit diesem zwölf monate bundle und zwar war das der gigantische lock das können wir uns gleich noch mal anschauen plus dazu gibt es hier das ist das verhüllte ding aber ich denke man kann schon so halbwegs anhand der form erkennen es wird ein drache sein mit ästen und so weiter also so ein baumdrache walddrache wie auch immer und das ganze hat natürlich auch wieder einen hintergrund hier seht ihr noch mal den garganturen lock den es da letztes jahr zu holen gab also ihr seht bis auf die farbe ist das absolut das gleiche ding und das ist tatsächlich auch ein mount welches es dann so nicht im shop zu holen gab also nur wer sich wirklich dieses riesen paket geholt hat ist in genuss dieses grillox gekommen aber kommen wir noch mal zurück zu dem drachen wie gesagt das hat einen hintergrund und das ist der chinesische kalender und zwar ist 2024 das jahr des drachen jedes jahr in china hat ein anderes tier zum vorbild quasi und das wechselt alle zwölf jahre durch und wie wir hier sehen ist 2024 das jahr des drachen also passend dazu gibt es zum chinesischen neujahr dann eben hier jenen holzdrachen so wie es aussieht also man sieht ja die form das sieht sehr stark nach diesem schlängelnden kriecher drachen aus wie wir ihn in der zahra leckhöhle bekommen hatten nur eben dann mit also das größte dieser kriecher drache und das aussehen scheint etwas anderes zu sein und damit führt blizzard halt die tradition dieser neujahrsmounts weiter fort wir hatten zum beispiel dieses jahr 2023 das häschen oder diesen wasserhasen nennts wie ihr wollt davor hatten wir diesen tiger davor hatten wir wenn mich nicht alles täuscht das jahr glücks jahr jun davor müssten wir das schwein gehabt haben die ratte quiks war das war irgendeine promotion meine ich ja da hatten wir hoch groß und davor gab es davor schon eins ich glaube das waren alle wenn ich mich nicht täusche also das macht blizzard noch nicht also schon seit ein paar jahren aber jetzt noch nicht seit 15 jahren und dementsprechend ja das setzt das ding dann fort ihr könnt euch schon mal darauf einstellen wenn euch das interessiert das sind die goodies die ihr bekommen werdet vielleicht hat sich relativ viel vier mounts war das dieses jahr auch schon oder es ist jetzt eine noch aggressivere form und kunden zu werben klar wenn euch alle mounts interessieren habt ihr hier schon anhand von mounts wert von 100 euro dabei wie gesagt wenn euch die mounts interessieren dann erscheint das sub definitiv nicht mehr so teuer nichtsdestotrotz ich persönlich bin immer kein großer freund von diesen ganzen paketen das ist ein bisschen wie games vorbestellen du gibst den entwicklern eigentlich dein geld ohne dass sie dafür was geleistet haben und darauf können sie sich ein bisschen ausruhen aber letzten endes jeder wie er mag ich kann es durchaus verstehen wenn er sagt nö ich weiß ich spiele die nächsten zwölf monate durch und ich krieg noch irgendwas cooles obendrauf dann klar warum nicht dann kann sich das durchaus lohnen schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet ich bin mal sehr gespannt wie das ding aussehen wird ich glaube das könnte ganz cool werden also entweder wird es glaube ich sehr skurril oder ziemlich cool mit diesen ganzen ästen da dran das kann auch mal hinten losgehen aber warten wir es einfach mal ab damit danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen